Wieder zurück bei Wir helfen Künstlern und wir freuen uns heute auf einen ganz besonderen Gast. Heute bei uns Adolf Seger, die Ringerlegende aus Freiburg. Dazu kommen wir gleich mehr. Schön, dass du da bist, lieber Adolf. Wenn du uns vielleicht mal erzählen könntest, ihr wart ja eine ganz, ganz große Familie. Sag mir doch mal einfach eine Zahl. Wie viele Kinder wart ihr? Wir waren zehn Kinder, sechs Buben, vier Mädchen. Ich war von der Buben der kleinste. Alle anderen fünf haben wir aufgerungen. Und der Edmund, der war mein Vorbild. Der war der erste Olympiateilnehmer in Südbade und der erste deutsche Meister. Das heißt Südbade war normalerweise Fleck im Ringen. Aber das bedeutet, du hast schon sehr früh deinen Hang zum Ringen gefunden über die Familie. Mit fünf Jahren bin ich mitgekommen. Und dein Bruder war dein Vorbild? Ja, wie gesagt, jeder war mindestens mal südbadischer Meister. Jeder. Wahnsinnig. Und die Edmund war dann aber wie gesagt der beste Mann und der war Olympiateilnehmer, war mein ganz großes Vorbild. Und dann hat das gleich so begonnen mit Ringen oder musstest du dann erst eine Ausbildung noch machen, so wie man so ein klassisches wie heute? Also in Ringen ist ja so, dann geht man hin, da ist man dabei. Mit fünf Jahren kam man nicht da systematisch nach Plan. Da hätte man halt mitgemacht und rumgeturnt und gemacht. Und ich bin halt reingewachsen. Reingewachsen heißt für mich, du hast das mit dem fünften Lebensjahr begleitet und erzähl mir doch mal was zu deinem weiteren Vorgehen. Also du hast mit fünf Jahren gerungen, dann musstest du ja irgendwann mal über die Schule, dann auch mal an eine Ausbildung rangehe oder eine Berufsausbildung. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich war dann beim Zander, wie gesagt. Zander ist ein Elektro-Großhaus hier in Freiburg? Ja. Und dann habe ich halt irgendwann wieder gemerkt, dass ich da nicht die Zeit kriege, die ich brauche für Lehrgänge, Länderkämpfe, Vorbereitung, Olympia-Vorbereitung und so weiter. Das wäre alles nicht gegeben, wenn ich beim Idezander geblieben wäre. Also hättest du keine Zeit bekommen, um dein Training so durchzuführen, wie es noch immer gewesen wäre. Ich habe mir nahegelegt, entweder ringst oder schaffst du bei uns. Gute Kompromisse, ne? Das war ja klar, dass ja... Und du warst ja schon immer ein sehr bissiger Sportler. Das heißt, du hast es mehr oder weniger schon als Kampf für dich gesehen, diese Vorbereitung. Immer am Trainieren, wenn man dich hört. Du hast vorhin einen interessanten Punkt noch angesprochen, deine Titel. Ist dir überhaupt noch bewusst, wie viele Titel du mittlerweile hast? Ja, ich müsste daheim, weil ich so alles mal rauskomme. So wie er halt ist. Also, wahnsinnig viele Titel. Ich weiß was von zehnmal Senioren-Weltmeister, richtig? Ja, ich war zweimal Weltmeister, dreimal Europameister. Ja. Und ich bin, also ich bin, also vom internationalen Ringerverband, war ja da mal die... Koryphäe. Keiner hat den Bodenkampf in der ganzen Welt so populär gemacht, wie ich. Also, siehst du mir. Deswegen nennt man dich ja auch Ringer-Legende mittlerweile, oder? Ja, und der Houdini des Rings. Ich kann dir mal eine Karte zeigen. Da ist alles drauf, was da gemacht worden ist und was ich da über mich geschrieben habe. Das ist dann ja schon wahnsinnig. Ja, jetzt hast du natürlich sehr viele Titel für dich errungen, wie man ja in dem Sinne sagt. Olympia war auch mit ein Thema. Ja, München, Montreal, München. Was für Platzierung war es dann? München, da ging es um Gold mit dem Amerikaner. Da ging es um Gold und da war halt ein bisschen besser. Und das war dann dort der zweite Platz und jetzt wolltest du ja dann... Nein, das war der dritte Platz. Ich kann nur erst, aber dritter werden. Ah ja, okay. Und dann hast du dich aber nochmal extrem vorbereitet auf die nächste Olympiade? Ja, und dann habe ich da also... Durchfall gehabt. Nicht so gewöhnlich. Durchfall. Und hab da mal geschwächt. Ja. Und hab dann zwar auch noch eine Medaille gemacht, aber es war... Und dann war nachher noch Moskau. Moskau ist der Abilov, der ist Olympiasieger geworden und der ist hinter mir zweiter Europameister und zweiter Weltmeister. Ich hab dann zweimal ganz klar in die Schranke gewiesen. Der konnte mich nie gewinnen. Und dann... Ich musste dann zuschauen, wegen dem Olympiabrikot Moskau. Genau, das war auch nicht eine tragische Geschichte. Und ich konnte nicht mitmachen. Das war dann schon ganz übel. Das hätte dich aber ziemlich runtergezogen dann. Du warst ja in deiner Blüte des Kampfes, wenn man so sagen kann. Ich hab einer mit 90 Kilo den Schönberg hochgetragen. Hab geschrien wie am Spiess. Aber ich wusste, ich musste über die Schwelle gehen. Ja. Und wenn ich das nicht kann, dann war ich halt immer nur dabei und das ist zu wenig. Ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst, natürlich waren das Ereignisse, die dich schon, sagen wir mal, sehr betroffen gemacht haben. Und dann kam jetzt Corona. Jetzt haben wir alle die Corona aufgesetzt. Das ist jetzt mehr als flüssig, das ist überflüssig. Ja, aber was bedeutet... Alles geht jetzt da. Ich hab meine ganzen Kurse nicht mehr. Genau. Und was bedeutet das für dich? Du hast Kurse geleitet. Das war jetzt schon ein Dreivierteljahr lang. Es läuft nichts, nur noch die Nase. Und jetzt ist es zu wenig. Aber man schreibt doch mal, was für Kurse hast du gemacht. Das Erste ist, dass ich hier vom Gesundheitsamt und vom Bürgermeister Kirchbach, die haben mich angesprochen da, wegen der trockenen Alkoholiker. Und dann hab ich den Film da. Und da hab ich dann an die Wand geschrieben, ganz groß. Der größte Sieg ist der Sieg über dich selber. Für die Alkoholiker. Und dann hat der eine Professor gesagt, Sie dürfen sich niemals duzen lassen. Das ist ein No-Go. Dann hab ich gesagt, wenn ich mir arbeiten will, bin ich auf Augenhöhe. Wenn ich das nicht hinkriege, bin ich fehl am Platz. Und dann hab ich es geschafft. Nach einem halben Jahr ist immer so ein Gespräch mit dem einen Professor. Herr Seger, was machen Sie? Die schwärmen alle so vor Ihnen. Aber wissen Sie was? Wir sind auf Augenhöhe. Und das mache ich jetzt schon acht, neun Jahre. Und das ist eine riesige Freude, wenn ich merke, ich hab hier alle umgebogen. Wir sind auf Augenhöhe und das merke ich die. Und du warst ja sehr, sehr stark selber noch aktiv. Ich weiss ja aus Zeiten, vor allem, du bist ja der Wahnsinns-Trainierer. Auch im Gewichtereisen und Bauchmuskeltraining etc. Du konntest ja dann gar nicht mehr ins Studio gehen. Was hast du gemacht? Hast du das dann daheim auf der Couch gemacht? Ja, wir haben daheim was gemacht. Ich hab ja schon meine Übungen. Und ich hab ja schon negative Sachen erlebt. Da war ein Welt-Trainertag. Da war ich auch in Minsk eingeladen. Da rief einer Adolf, Adolf und hab geguckt. Da hab ich gesagt, der sieht einem ähnlich, aber das kann ja nicht sein. Dann sagt der Juri Gusow, München Olympiade. Ich hab ihn in München gegen den Kungen. Der war damals amtierende Weltmeister, ich amtierende Europameister und ich hab den niedergemacht. Um das Thema zu kommen, der sitzt da zu einem Kessel und fragt, ob ich nichts zu essen kriege. Wenn er halt ein wenig anders ist als ich. Du kannst nichts machen. Du bist schlimmer dran, wie einer, der nie was gemacht hat. Das weiss man. Wenn ich das weiss, dann bin ich auch selber schuld. Also das kennt man ja von dir. Du bist immer nur am Trainieren, wenn man dich hört. Aber du hast auch ein sehr hohes Maß an sozialem Engagement. Du hast zum Beispiel dein Preisgeld damals für was genau gespendet? Schön für die Kinderkrebshilfe. Ich bin schon zig Jahre engagiert. Der Anfang war mal eine Krankenschwester von der Kinderklinik, die hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Seger, können Sie mal kommen, da ist ein junger Bub, der ist in der Nähe von Tuttlingen, der ringt. Und der ist ein riesen Fan von ihr. Wenn sie kämen, das wäre für den ein riesen Schub. Und da bin ich halt hingegangen und die Schwester da, die hat mich da mal vor ein paar Wochen angesprochen. Ja, ich war damals die Schwester, wo das losgegangen ist. Und die hast du noch erkannt, die Schwester? Oder hat die sich auch so verändert? Sie hat mir vorgestellt, sie ist die Krankenschwester von damals. Und das sind so die schönen Sachen, die da hängen bleiben. Und da ist dein Preisgeld gespendet. Wie hoch war das damals? Ja, das war 18.000 Dollar. Und ich habe auch die andere Prämie, die ich gehabt habe. Oder in Kalifornien habe ich so eine Dose. Und da mache ich dann Training mit den Leuten. Und die machen da was in die Dose rein und das wird alle Monate. Aber jetzt läuft gar nichts. Ja klar, wenn keine Studie aufhört. Aber wenn man so zurückblickend sagt, eigentlich seit dieser Zeit, wo du auch das Geld gespendet hast, dieses Erlebnis hattest, da war für dich wichtig, das Geld zu sammeln und immer wieder zur Verfügung zu stehen für Sammeln für die Kinderkrebshilfe. Für das Elternhaus vorwiegend. Und da hast du uns ja heute noch eine ganz besondere Botschaft mitgebracht. Ich möchte heute Aufrufe für Spende für das Elternhaus, Kinderkrebshilfe, das ja momentan gerade neu gebaut wird. Ja. Wenn du da vielleicht nochmal was dazu sagen kannst. Ja, da muss ich schon eine klare Ansage machen. Es ist nichts schöner, als wenn du siehst, wenn Kinder und die Kinderkrebshilfe, wenn das für die Macht wird, dann muss das jeder mal ein paar Scheine losmachen. Ich mache es auch. Ich mache es immer wieder. Ich bin nicht gerade der Alperkonanz. Ich weiß es. Aber ich mache das. Ich mache das aus Freude. Und wenn ich irgendwas habe, dann gehen wir da nach und wir haben ja die Tour de Asse gefahren. Tour de Asse hast du gemacht. Dann hast du auch noch einmal dieses Tischtennisturnier da in Freiburg im Strandbad. Ich glaube, das ist richtig. Ich mache es jedes Jahr. Ich bin zehn Jahre lang. Das nütze aber nichts. Ja, du nützt auf jeden Fall jede Gelegenheit, um für das Projekt zu sammeln. Und ich freue mich auch, dass du immer wieder mit dabei bist, wenn wir eine Spendeübergabe haben in dem Bereich. Und Kinderkrebshilfe ist unwahrscheinlich wichtig. Wir reden hier mittlerweile von 14 Millionen Euro Invest für das neue Haus und können damit gewährleisten, dass die Eltern bei ihren Kindern mit dabei sein können über die lange Krankheit her. Schön, lieber Adolf, dass du heute mit dabei sein konntest als Jahrhundertringer und auch noch eingetragen in der Hall of Fame, wie ich mir sagen gelassen habe. Es ist einfach toll, solche Leute mit so einem Engagement zu sehen wie dich. Wir weisen nochmal darauf hin, dass im Abspann des Interviews seine Kontaktdaten genannt werden und auch der Aufruf zur Spende. Ihr findet alle weitere Kontaktdaten und auch Interviewpartner unter www.whk-online.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.